Moin Moin ihr da draußen. Herzlich Willkommen aus dem Funpark Möppen auf dem Mai-Wochenende. Und wir haben hier so ein kleines nettes Oval und hier wird gleich Mud Rays stattfinden. Da vorne ist der Start und hier links ist dieses erste türkische Wasserloch in der Kurve. Dann geht es wieder einmal in der Runde und ich weiß, ob ihr das hinten so sehen könnt, da gibt es dann das letzte große Loch. Und hier haben sich auch schon einige Leute ein bisschen versammelt und ich bin richtig, richtig, richtig gespannt, wie das hier wohl gleich abgehen wird. Es ist auch das erste Mal, dass ich hier an sowas dran teilnehme und Stimmung, Laune ist gut und ich bin, ja, ich will auch gar nicht mehr so viel Palabern. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Es müssten, ich glaube 13 Teilnehmer sein, 14, 13. Naja, ihr werdet es ja sehen beim Final Video Cut. Von daher, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da oder ein Like oder irgendwas. Ich halte jetzt meinen Mund. Viel Spaß dabei. Bis dann. Zitat Ende ... Zitat Ende ... Zitat Ende ... Zitat Ende ... Musik 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 » « » Musik 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 Musik